Ich dachte du bist jetzt wirklich too rich quittet. Nee, nee, nee. Nee, komm mal, Leute. Nein, da ist Creeper! Nein! Komm, komm, komm. Boah, da kann mir mal The Forest, die Horror-Version von DayZ und sonst irgendwas mal kreuzweise, was das hier gerade für ein Horror ist. Nein! Ich würde es ja gerne miterleben. Also ich glaube, nach dieser Aufnahme-Session wird Jonah erstmal zum Therapeuten müssen. Da geht ja doch eh schon hin, ey. Ja, das stimmt wohl. Extra-Stunden. Ich muss wieder nach raus. Ich kann slime! Slime! Ah! Boah! Hühnchen! Boah, das ist ein Slime, willst du mich verarschen? Ich habe mich für einen Glühpaar gehalten. Boah! Hm. Ja, da kommt gerade ein Skelett auf mich runter und will sich mit mir paaren. Uh! Uh! Jonah, heiß! Okay, ich bin unter unserem Haus. Jetzt muss ich nur noch die scheiß Treppe finden, wo ich mich hochgebuddelt habe. Er hat gehört, dass du Eier kraulen möchtest, also. Ha! Ach nö, ich habe noch einen neuen Mien-Schacht gefunden, jetzt nicht. Ich habe kein Essen und kaum mehr fackelt. Nein, da kommt noch so ein Eier-Krauler. Da kommt noch so ein Eier-Krauler. Weil die Ogyne-Zitat, weiche aus der Kutsche, du Schakal! Ach Gott. Noch mal, 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 noch mal. Oba, 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 hopp, hopp, hopp. Ach Gott, geh verrecken. Nein! Nein! Ohne Witz. Heilige Nacht. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da da da. Da da da. Da da da. Oho! 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 What the fuck? Ne, so what the fuck? Ja, ich kenn' das von iButtons. Ja, genau. Ach ja, übrigens, wir hatten gestern, gestern war das noch immer mit diesem, ähm, Oh, mit dieser hohen Stimme. Was hast du immer noch gesagt? Sie ist Houdini! Ne? War das ja. Houdini! Und die Dorfbewohner... Die Dorfbewohner machen hier so. Machen hier so? Ja die Dorfbewohner Machen hier so? Ja die machen so, Houdini Ja denen wurde das halt so Ok, ich. Bekannter Ort hier Ja, ich mache Fortschritte Er wird größer also der Fortschritt Und härter Ne das hab ich jetzt nicht gesagt Oh ich glaube, oh Ich, den, da, da Ah, da, 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 da Wenn du, wenn du, wenn du ... Oh! Oh! Bitte! Hier ist ne bitte Hier vielleicht Oh nein bitte nicht, oh nein bitte nicht, oh nein bitte nicht, oh nein bitte nicht, oh nein bitte nicht Patrick style, oh nein bitte nicht Bin ich im Kreis gelaufen Oh nein, bitte nicht. Oh nein, ich laufe jetzt immer im Kreis. Noch die Hälfte an Leben. Oh, meine Eier, wach... So, gib das... Ich muss rüberfahren. Wo rüberfahren? Zu mir, ich kann meine Eier gar nicht kaulen. Ach so, deswegen. Ja sicher. Für dich doch immer. Oh man, schlappisch gehen. Was, jetzt schon? Wir sind doch noch gar nicht fertig. Ich weiß doch noch gar nicht, ob ich tot bin. Oder lebe. Oh, ich würde schon wieder auf meinem Kopf rumkrabbeln. Läuse, geht weg. Oh Gott, das ist jetzt dein Ernst. Ja du, genau du. Du, der gerade auf meinem Kanal ist. Freut mich sehr, Dass du gerade auf meinem Kanal vorbeischaust. Und... Derzeit wirst gespielt... Nein, was ist das? Was ist denn das? Nein, fickt euch ins Knie. Nein! Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich dachte du bist jetzt geraged, bitte. Nee, 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 nee. Nein, der ist ein Creeper. Nein! Nein! Ey, nur ich kann ausrasten, okay? Nein! Alter! Jetzt hab ich wieder Minusfortschritte gemacht. Ich will nach Hause. Ach, leck mich. Ich will nach Hause. Ich hab 10 Diamanten dabei. Unendlich viel Redstone, Eisen, Gold und Kohle. Ich hab 10 Zäune, 7 Knochen und 41 Samen. Kohle! Kohle! Du musst vor allem auf deine Samen... Nein! Dir nur noch ein Herz! Lass auf uns haben! Hier, Alter! Lass mich in Ruhe! Da hinten! Ich will da hinten hin! Es gibt... Die Hard! Es gibt Samenklauer, Manu. Pass gut drauf auf auf deinem Samen. Ja, ja, ja. Ich geh jeden Sonntag immer zu Samenspende. Die Hard heißt übrigens, stirbt langsam. Also der Film stirbt langsam. Warte, ich baue mich jetzt hier einfach irgendwo ein, Alter. Ja, sehr gut. Ich wollte gerade Daisy-Style rechte Maustaste gedrückt halten zum Zoom. Ja, aber geil. Komm, gib mir die Erlösung. Äh, ne, Moment. Nicht die Erlösung. Gib mir die... Erleuchtung. Nein! Ich bin nach Hause, Mama! Gib mir die Peitsche für Manuel. Digga. Ja. Da hinten muss das irgendwo sein. Das muss irgendwo da sein. Ja, was war das? So, Alter. Irgendwo hier sein. Ich hab nur noch ein fucking Herz. Irgendwo hier sein. Wir müssen es finden. Und töten! Und töten! Und töten! Luigi. Ihr werdet alle sterben. Wenn ihr nicht auf mich schaut. Alter, jetzt gib mir der Shader wieder auf den Sack. Jetzt gib mir die Spinning auf den Sack. Nein, hab ich die Glaub... Oh Gott, hinter mir über... Das ist mir die Glauben. Hinter mir über über... Jetzt über Spawn am Haar. Bitte, lass mich an deinen haarigen Nippen lecken, wenn ich hier rauskomme. Ja. Nein, jetzt bin ich schon wieder hier. Nein, 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 nein. U mnie klasz Natürlich Doch bitte blas mir ein Luftballon auf Nein 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 Luftballon auf Ihr seid beide Pain Oh Man Alter ihr habt doch beide În der Klatsche Leute ich glaube ich schon Ich muss euch mal ein bisschen mit meinem dicken Schwanz mal um die Ohren klatschen, ey. Wo bin ich denn der Zombie da? Mit deinem dicken Schwanz? Nein, 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 nein! Du meinst mit deinem kleinen Lümmelchen? Nee, mit dem Pferdeschwanz. Weißt du, ich schneid von so einem Pferd halt die Haare ab und dann zack, zack. Ich bin der Zombie-Pferd. Das nennt sich aber nicht Pferdeschwanz. Doch. Mir kommen schon grad echt die Tränen, ey. Ich will nach Hause. Zombie! Oh Gott, jetzt bin ich schon wieder hier! Aaaaaaah! Ja, Mandy leise machen. Hopp, hopp! Yves, was machst du da? Das, was sie am besten kann mit ihrem Schwanzi. Mit ihrem Schwanzi alleine, ey. Weißt du doch. Oh Gott! Doch nicht in der Aufnahme! Mann, Jonah, ich bleib doch jetzt! Jetzt, halt still! Sie will dir doch nur helfen, Jonah. Oh. Oh. Nee. Oh nein, jetzt bin ich schon wieder hier! Oh Mann, oh! Ich hab nur noch drei Hunger-Idioten. Drei Hunger-Idioten. Warte, 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 warte. Ähäh. Von hier bin ich doch gekommen. Bin doch von hier irgendwo gekommen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Seht ihr diese Lichter überall? diese wunderschönen farben diese farben die trabbe mal mein schwanz du schweig du du hümer das konnie gewesen du einfach so gorg die lauwe ist hier nein 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 brates lava brates lava brates lava Nein, du hast doch echt einen zu kleinen Schwanz, du scheiß Skelett. Lass mich bitte nach Haus. Alter, nur noch einen Treffer und ich bin tot, ey. Lass mich... Creeper, Mama, nicht ins Gesicht! Arschloch. Ihr hat sich explosiert, ohne Schaden mitzunehmen. Er kommt nicht in den Himmel und 72 Jungfrauen gehören nicht ihm. Jojo, aber so ist das. Wenn du dich selber in die Luft jagst und noch ein paar blöde Menschen mitnimmst, dann kommst du in den Himmel. Da kriegst du 72 Jungfrauen und ein Wohnmobil. Und lecker Fliegenpimmelsuppe. Oh, lecker Fliegenpimmelsuppe. Ja, jetzt richtig im Sonderangebot. Manu hat es schon richtig angesprochen. Manu hat es richtig angesprochen. Lecker Fliegenpimmelsuppe. Richtig zum Sonderpreis. Mh, lecker Fliegenpimmelsuppe. Ah, frisch geflückt, den Manusarsch. Lecker Fliegenpimmelsuppe. Na, lecker. Mh. Oh mein Gott, man glaubt es kaum. Oh mein Gott, man glaubt es kaum. Da ist ein Creeper. Der kann mich jetzt einfach mal kreuzweise, weil... Nein, sag mir jetzt nicht, dass ich... Ja, explodier doch, Mann! Boah, ich hab fast gerade das N-Mod gesagt. Hm, das wäre aber nicht so gut. Neeein! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Neeein, bitte nicht! Okay. Okay. Okay, ich hab noch ein halbes Hungerherz. Gleich hab ich nur noch fünf Herzen. Und mit fünf Herzen ist es nicht so wirklich pornös, trotz einer vollen Eisenrüstung. Solange mein Eisenschwert jetzt nicht auch noch zerbricht, weil dann habe ich nämlich nur noch meinen Schwanz, mit dem ich um mich flagen kann. Damit triffst du es auf jeden Fall wahrscheinlich alle, ne? Einmal einen Rundumschlag so. Also es gibt... Also es gibt natürlich... Ihr müsst natürlich wissen, Franzosen sind halt schwul, sie hauen halt... Sie ziehen halt ihren Handschuh aus und geben dir dann damit eine Backpfeife. Dann gibt es auch noch Leute wie mich, die machen das alles genauso, nur halt nicht mit einem Handschuh, sondern mit gewissen anderen Dingen. Mit der Fleischpeitsche, ne? Oh ja. Extra gerade frisch im Sortiment. Uh. Oh yes. It's good to be bad. Oh man. Yves macht ein scheiß Handy aus, ey. Shit, du hast vergessen, man. Wie, ich bin jetzt wieder da, wo ich eben war. Dann heu ich aber richtig. Also sind gespannt. Wie? Ja. Ich bin schon wieder hier. Ja, mein da, mein da, mein da, mein da, mein da, mein da. Krieg meine Fresse mal an. Rüdig den Führer, was soll denn das? Alter. Oh man, Jonah. Oh man, oh man, ich weiß nicht, wo ich da war. Skeletto. Skeletini. Rudini. 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 Und dann willst du jetzt, keine Ahnung, wie oft ich diesen Drecksverfächter weggegangen bin. Aber ich weiß einfach nicht, wo es so nach Hause geht. Man, oh man. Man, oh der geht ran. Irgendwas krabbelt mir schon wieder auf den Kopf rum. Alter, jetzt baue ich mich nach unten in der Hoffnung, irgendwas mal Nützliches zu machen und irgendwas zu finden. Nein. Ich finde nix. Nope. Nope, da, da, ne, der findet nix. Nö, 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 nö. Ich bin jetzt so eiskalt, weil ich jetzt gleich verrecke, baue ich mich jetzt nach oben raus. Und ich wette, ich komme genau in unserem See aus, wenn ich hier so die Karte angucke.